Nun, schauen wir uns die Örtlichkeit an. Fangen wir damit an. Wo ist Sela? Sela im Arabischen, jetzt spreche ich den Begriff richtig aus, Sela, das ist der Ein am Ende, ist ein Berg in Medina im heutigen Saudi-Arabien. Der Frieden des Herrn Jesus sei mit allen, obwohl dieses Jesaja 42-Argument der Muslime seit Jahren widerlegt wurde, kommt Sela noch immer damit an und behauptet, dass Sela der Berg in Medina ist. Doch Dressin widerlegt Sela und sagt sogar die Wahrheit. Und Sela liegt laut den meisten Gelehrten, das wird Matt auch sagen, in Jordanien, und das ist heutzutage 95% muslimisch. Also Botschaft hat sich definitiv da verbreitet. Obwohl Dressin mit Sela ganz was anderes beweisen wollte, hat er ungewollt oder gewollt die Wahrheit gesagt und somit das Jesaja 42-Argument mit Sela von Sataj widerlegt und man bedenke, die Muslime wollen in der Bibel, die sie für verfälscht halten, ihren Mohammed-Prophezeit bekommen. Ist ein Berg in Medina im heutigen Saudi-Arabien. Und Sela liegt laut den meisten Gelehrten, das wird Matt auch sagen, in Jordanien. Ist ein Berg in Medina im heutigen Saudi-Arabien. Und Sela liegt laut den meisten Gelehrten, das wird Matt auch sagen, in Jordanien. ist ein Berg in Medina im heutigen Saudi-Arabien. Und Sela liegt laut den meisten Gelehrten, das wird Matt auch sagen, in Jordanien. Das kommt davon, wenn man versucht, Mohammed in die Bibel rein zu interpretieren, obwohl er dort nicht zu finden ist. Wen unsere lieben Muslime wirklich finden werden, ist Jesus, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben, und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen, Johannes Kapitel 5, Vers 39-40